Wasserstoff ist vielseitig und hat eine hohe Energiedichte. Wenn er sauber und billig hergestellt werden kann, könnte er ideale Brennstoff sein, um die schmutzigsten Branchen der Welt zu sanieren. Aber davor steht ein großes Wenn. Hallo und willkommen zu Businessplanet. Das ist, wo es alles beginnt. Elektrizität produziert hier in diesem Solar-Power-Park in Puerto Llano in Süden-Spain. Diese Elektrizität wird dann zu Iberdrohle geplant, um green hydrogen produzieren, was in turn benutzt wird, um zero-Emissions-Fertilizer zu machen. Sauberer Wasserstoff wird als ein wichtiges Puzzleteil gesehen für die Dekarbonisierung der Schwerindustrie in Europa. Die EU möchte, dass Europa bis 2030 10 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff produziert und weitere 10 Millionen Tonnen importiert, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Allerdings lag die Produktion 2022 bei gerade einmal 20.000 Tonnen. Und die Steigerung der Produktion hat ihre Tücken. Wir müssen die Technologie ein bisschen mehr verbessern, um es in einem massiven Weg zu implementieren. Wir brauchen eine klare Regulation, eine klare Permitting-Prozess. Wir brauchen Zugang zu der Grie. Was passiert mit dem Hydrogen, das hier produziert wird? Wir verbrauchen dieses Hydrogen zu allen Auftakern, das ist Fertiveria, das ist eine Fertilizer-Kompany. Sie benutzen dieses Hydrogen, um Ammonium zu produzieren. Und mit diesem Ammonium produzieren sie viele Fertilizer. Heute, mit dem Hydrogen, das wir produzieren, können wir 10% der Ammonium produzieren. Das ist das Gebäude, wo das grüne Hydrogen ist actually made. Let's take a look inside. Mit einem Elektrolyser wird Wasser, H2O, in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Geschieht das Ganze mit erneuerbarem Strom, erhält man grünen Wasserstoff. Die Europäische Kommission hat einen Rechtsrahmen für sauberen Wasserstoff geschaffen und investiert massiv. 22 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Zu den sogenannten Schwerpunkten. Die schwerabbaubaren Sektoren gehören Verkehr, Düngemittel und die Schwerindustrie. Allein die Stahlindustrie verursacht 7% der weltweiten CO2-Emissionen. Das schwedische Konsortium Hybrid verzichtet auf fossile Brennstoffe. Es hat mit der Stahlproduktion begonnen, bei der grüner Wasserstoff verwendet wird, um dem Eisenerz den Sauerstoff zu entziehen. Der traditionelle mit Kohle betriebene Hochofen ist hier passé. Das schwedische Bergbauunternehmen LKB ist Hybrid-Mitglied. If we have fossil-free energy available, a hydrogen can be produced with only water and fossil-free electricity. So it can be produced without carbon dioxide emissions. And that's what we want to get rid of in the steelmaking process. Aber natürlich gibt es auf dem Weg dorthin noch einige Hürden. One of the things that we are struggling with is the permitting processes. They are quite slow. So we are ready to start building now, but we are waiting for the permits. Derzeit ist gröner Wasserstoff teurer als grauer oder brauner Wasserstoff, der aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Aber die Industrie hofft, dass sich die Lücke verkleinern wird, wenn die Preise für erneuerbare Energien weiter fallen. In the near-to-medium-time future, we see that the prices will be approximately 20% higher than for brown steel. If you translate that into a car, then it's about less than 200 euros extra per car. At the moment, clean hydrogen suffers from a chicken-and-egg supply-and-demand issue. The EU is hoping its focus on a clean hydrogen ecosystem will crack the problem of decarbonising heavy industry like this. See you next time on Business Planet.